hallo und herzlich willkommen zurück zu grounded wir machen hier nahtlos weiter von gestern ich war dabei was war ich denn dabei ist nicht ganz voll egal nicht egal nehmen die mit wenn wir laufen sie denn ja ich brauche was zum essen ich muss gleich schlafen und so brauche ich was zum essen und damit ich nehme den mit ich wusste dass das zu viel wäre ich wusste es sagt mal im urin ob ich jetzt die palette da jetzt wird es schon wieder dunkel ja wir werden die alle brauchen nicht im dunkeln nicht im dunkel ja ich weiß dass es dunkel solche fackeln anmachen geht ab so ein bisschen ein bisschen was sieht man okay habe ich alles okay jetzt nach hause in die haja okay ich werde das mal hier drauf ich kann keine pilzziegel mehr herstellen nicht schlecht natürlich kann ich das nicht die kiste steht ja da hinten oder hier oben hingestellt irgendwo ja kommt davon oder und hier drin weiß es nicht gehen wir ins bett so aus essen so so fertig die anderen seile brauche ich jetzt nicht rausnehmen jetzt richtig intelligent das hier drauf zu legen naja naja das hier von unten bauen ja ja ich kann ich okay er muss unbedingt noch irgendwann zum aufgang hin ich wollte das hier fettig bauen damit wir hier nicht immer meine sachen runterfallen so hier ja 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 da komme ich nicht ran dann die ja das auf den einen okay aber erst den Turm ich ja also hier in der reihe nicht von dem sonst So, ne? Und dann... Da brauche ich noch eine Wende. Nicht Wende, sondern Önster. Die immer am Rand platziert werden. Ah, okay. Ich dachte in der gestern Esterikenfolge eigentlich, dass wir das hier noch gebaut bekommen, aber dem war wohl nicht so. Aber jetzt... Jetzt steht der... Robo. Sozusagen. Ansonsten Pilzziegel reichen. Sollten sie aber. Jo. Prima. So. Okay. Hier ist der Saft drin? Ne, ist kein Saft drin, siehste. Schwierig. Das ist schwierig. So, was können wir denn jetzt noch bauen? Hm. Also. Um hier oben weiter zu bauen. Was denn... Was... ...räuch'ich denn... Ja... Wir haben mal eine Lage. Davon ne? Nehmt und nehmt kein Ende. Einmal rundherum, was wahrscheinlich nicht geht. So viele Ziegelchen haben wir nicht, ne? Dach, Ziegelchen, Hölzer. Und dann müsste ich ja hier irgendwie auch noch ein paar hoch bauen. Wo ich die denn hinne? Nämlich würde ich die gerne hier bauen, ne? Zwei hoch, dann komme ich da raus. Ja. Aber, wie ich ja das, ich kann die jetzt hier nicht hinbauen, ne? So. So. Geht das? Oh, ne. Ah, ne. Das ist doof. Das ist doof, das ist doof, das ist doof. Denn, ähm, ich muss ja im Turm rauskommen. Also sprich, so muss ich rauskommen, ne? Hier kommt ja nochmal ein anderer Turm ein. Ja. Richtig? Richtig. Guck an. Das kann ich nicht bauen. Richtig. Eichelschalen. 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 Ja. Überlege, soll ich überall solche Türen hinbauen? Wäre dann einheitlich, ne? Eichelschalen. 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 Wo wart ihr? Hier, ne? Nehme ich doch mal mit. So. Äh. Äh. Alter Fehler. Die muss ich lang. So. Und jetzt. Hier nochmal. Eine Hände. Okay. Was nicht geht. Das geht nicht, weil. Ich mach das mal so. Geht das? Aber ich kann es nicht bauen, ne? Ah, doof. So. Zack. Dann kommen wir hier in der Mitte vom Turm raus. Ja. Geht. Ah. Dachte ich mir. Keine Unkrautstängeln. Keine Unkrautstängeln. Immer die Sachen mit den Unkrautstängeln. Mann, Mann, Mann. Machen wir ein andermal. Erst das würde ich jetzt mal gerne. Hier komme ich ja auch noch nicht hoch, ne? Äh. Äh. Ja. Hm. Mach so. Äh. Treppe bitte. Treppe. Nee. Gar nicht hinbauen. Das war doof. Ich muss sich wenden dann hier irgendwo einbauen. Okay. Eins. Groß Nummer zwei. So. Komm hier hoch. Geh hier lang und kann dann da hoch gehen. Das wäre vielleicht schlauer gewesen. Ja. Ja. Das wäre schlauer gewesen. Okay. So. Äh. Ürscht bedeutet. Das bedeutet. Du. So. 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 Er ist unnötig. Okay. Okay. Ja, kann man hier so runter. Hier lang kommt da runter. Passt. Es passt also. Okay. So, ich hab noch ein paar Stängelchen über. Ja, nicht über, aber ich hab ein paar Stängelchen. Ja, klar. Okay. Okidoki. Runter. Perfekt. Okay. Oh, wo seid ihr? Nicht runtergefallen, hoffe ich. Ich war nämlich der ganze Plan dahinter. Das muss, äh, kann ich jetzt noch nicht ausbessern. Guck mal, jetzt fällt's nach hinten. Innen. Oder auch nicht. Nein. Glück gehabt. So. Okay. Und das wollte ich ja auch umbauen. Also, eben dann immer daneben, sozusagen. Und da kann man das so lassen. Also, was ich nicht lassen kann, ist... ist... tschau. Das hier. Also. Fenster, Fenster, Fenster. Da wollte ich dann kein Fenster mehr haben. Das gleiche gilt für ich hier. Das weg. Aber das... Ich geb jetzt Ziel dahinten. Hm. Nicht Eis bei. Ich will das wegmachen. So. Ich müsste doch jetzt ein Teufel zugeben, dass ich das hier nicht hinbauen kann. Ei. Das ist jetzt der vierte. Der vierte. Wer fehlt hier ein Ziegel? Der näher. Oh, ne. Hier war nix mehr drin, ne? Hm. Hm. Ist das doof. Ei. Hier auch nicht, ne? Nein. Oh, man. Aber... Aber... Wieso krieg ich denn nur drei raus? Ist mir da was ins Wasser gefallen? Guck mal. Aha. Guck mal. Hier liegt einer. Da schwimmt noch einer. Aber... Ansonsten... Ich bin nix. Ja, doch. Nö. Hm. Um hier rauszukommen, ne? Okay. Mach ich mal hin. Zu weit weg. Einfach zu weit weg. Okay. Auch zu weit weg. Ja, wo ist jetzt dieser eine Stein hin? Hau ich da jetzt nicht. Irgendwie irgendwo dazwischen. Ich weiß nicht, wie ein Wurf. Oh, komm. Die sind nach oben geflutscht. Ey. Wär mal machen, ne? Sonst noch irgendwo ein Stein hier oben, ne? Okay, gut. Dann. Das geht ja nicht. Ich muss es ja erst abbauen, ne? Warte ich. Hm. Vor allem tut es mir da aber nicht. Aber eher müsste eigentlich... Ey, kann man sowas. Kann man so machen. Super. Warum krieg ich das nicht weg? Hm. Alter. Yo. Äh, Leute. Mit dem Raussprengen, da habe ich immer Probleme. Problem. So. Okay. Das ist ja einigermaßen verteilt. Na, also ein Dahlenfenster. Es muss ja da nicht unbedingt eins sein. Oh, der um die zwei muss ich auch noch. Austausch. Na, hier. Wie stimmt's, ne? Ja, da stimmt's. Okay. Äh, drei Fenster, zwei Fenster. Nur. Wo bin ich denn da hin? Wo bin ich denn da hin? Bis jetzt mal noch gar nicht. Oder so, ne? Okay. Oh, Mann. Oh, Mann. doch nicht mehr alle materialien raus okay ich verstehe ich verstehe glatte band geht nicht ach komm schon ich bin da hinten ran so leicht jeder nette wenn es da kein fenster wo sind diese ganzen beine hin da unten liegen noch ein paar ja ok 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 und das ding ist für dich fehlen mir trotzdem noch steine jetzt habe ich drei ein steinchen fehlt mir eins bitte nur noch eins wenn ich das hier fertig bekomme ja das ding das nervt ich habe es fertig gekriegt dann noch mehr wie kommen die denn hier unten hin sonst noch irgendwo außerhalb irgendwie irgendwo welche hingeschwommen also ich sehe jetzt nicht ok dann mache ich das noch fertig und dann noch wieder spät für heute wir wurden ok und damit danke ich mich fürs zuschauen wir sehen es dann morgen wieder gehabt gleich gut und tschüss wirst wirst